Koffi, der kommt gut! Das glaubst du nicht! Was macht Kerzenbruch da? Eine Einladung für die Elbersberger! Bist du wahnsinnig! Und die nächste Gelegenheit, Mustafa Schnellbacher, 3-0! Überragender Spieler, allerdings in der Oberliga gewesen und jetzt vielleicht das vierte, Schnellbacher, 4-0! Und nochmal, Schnellbacher! Koraya auf Schnellbacher! Schnellbacher, 4-0! Schnellbacher läuft schon wieder hinter die Kette und jetzt könnte es ganz, ganz schnell gehen! Und es geht richtig schnell! Oh, und gefährlich wird es und der hängt drin! Pinkert, Befreiungsschlag und Schnellbacher macht seinem Namen in aller Ehre! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport!